Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Ja, wir sind jetzt hier am Buchhaus Ruine, was auch immer, angekommen. Ja, ich habe jetzt noch eine Action-Camp. Und als Vorwarnung, Halloween drehen wir an einen übelst geilen Platz und machen für euch ein Halloween-Special. Das kommt dann direkt auch Halloween hoch, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und dann drehen wir in so etwas richtig Geiles. Hier ist schon etwas Alleinstehendes, abgerissenes. Könnte jetzt schon mal... Halloween drehen wir bei so etwas Geiles. Geileres! Ja? Maxi? Ja? Maxi? Komm, wir gehen hier! Komm mit! Alter! Das sieht aus, als wenn das mal eine Villa war! Pass auf, dass da nicht gleich irgendwas runterfällt. Ein altes Waschbecken. Ich weiß, wie wir das Video nennen. Vergammeltes Haus. Ich weiß, wie wir das Video nennen. Boah! Ey, ich glaube, das war mal ein Bauern. Hier waren noch Pferde. Ja, hier waren die drin! Das... Alter, ist das geil. Jan, komm zu mir! Ja, das ist geil! Ja, war bestimmt mal ein Mittelalter irgendwo aus. Ja, war bestimmt mal ein Mittelalter irgendwo aus. Ich bin sogar noch für den Ball, die Eisen machen. Und jetzt haben wir noch einen App. Und jetzt haben wir noch mal... Hier, ich bin noch nicht. Jetzt hab ich noch nichts. Und jetzt haben wir noch... Ich hab' ... Das, das war's... Das hat mich wirklich im Haus drin. Das sieht aus, als würde das ein Haus sein. Und das so ein bisschen... Steig für Bauernhöfe und alle. Das wird dann so ein richtiges Special. Abospecial. Wenn ihr euch ansehen wollt, gebt einfach drei und wichtig Abospecial ein. gebt einfach drei und wichtig Abospecial ein. Und dann mit Axt oder sowas Pinata zerschlagen. Und da macht Jan übrigens sein Boxsackschrott. Dann nimmt er seinen Boxsack, haut auf eine Pinata drauf und ja, die geht dann kaputt. Dann geht die Pinata, die Waffenheit kaputt, dann noch mehr kaputt und sein Boxsack geht aufstehen. Meine Ohren! Ich hab auch ein... Ich hab auch ein... Ich hab auch ein... Aber man bleibt mal bei den Kindern...